Hey Leute, mein Name ist Kai André und ich möchte ganz kurz bekannt geben, dass der gute Johnny S. nun bald sein nächstes Album rausbringen wird. Tattoo soll das Ganze heißen und ihr könnt ihn dabei finanziell unterstützen. Wofür das Geld nun ganz genau ist, das wird bestimmt detailliert unter diesem Video aufgeführt sein oder da drüber oder irgendwo rechts oder links oder ich weiß es nicht, aber er wird da sicherlich detailliert darüber Bescheid geben und es würde mich freuen, wenn ihr ihn dabei unterstützt, das Ding raus in die Welt zu schicken und genauso raus wie bald das Album ist, bin ich es jetzt. Bis zum nächsten Mal.